und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess wir sind wieder hier im Schneeberge oder an den Schneeberge wir haben einen Geruch bekommen dem wir folgen können das Wolf sollten wir jetzt auch hier deutlich besser durchkommen jetzt habe ich mich verlaufen ja das passiert aber nicht genau dem folgt da war ich jetzt ein bisschen arg schnell also am besten gar nicht darauf konzentriert zu kämpfen so wir müssen einfach laufen einfach genau dort wo die Spuren sind das 1 zu 1 folgen das ist ein bisschen aua das kann ich jetzt trotzdem nicht hier stehen lassen Moment weiter ähm bin ich durch waren sie nicht zwei Geister hab ich jetzt ein verpasst da ist der zweite den wollte ich haben jetzt echt die sind sie sie Wo bin ich jetzt gelandet? Was ist das? Echtes Schleimgeleet, alle Herzen werden geschnitten und anderes bloß, ja finde ich jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht, haben wir schon gedacht, was glitzert denn da jetzt so? Das war jetzt gescheit blät von mir, da ist doch ein Geist, da ist doch noch einer, scheiße. 20 Geisterseilen, perfekt. Eine Sekunde bitte, so sind wir wieder zurück und ich sehe schon jetzt, wir kommen ja nicht weiter. Ja Wölfe, nett mit mir. So wenn wir dann oben irgendwas mit Teleportation haben, nochmal gleich den Schritt zurück in Hyrule Stadt. Perfekt. Ich sehe hier jetzt keine Lanthianen, Lanthianen, genau. Oh, aber das Zimmer. Signal? Oben, Mitte, unten. Also gleiches Muster? Ne, nicht gleiches Muster. Ne, Moment. Ne, so. Das war noch nicht ganz richtig. Ganz genug. Hahaha. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, hier muss ich aufpassen. Nicht berühren. Achso. Hallo? Und die nix gut, die sollten mich einfrieren können. Einmal kurz speichern. Nein, nein, nein. Drei von fünf. Jetzt kommt ein lustiger Teil. Oh, wirklich? Jetzt? Also, schön, dass es eine Teleportation gibt, aber... ...hätte jetzt nicht hier sein müssen. Oh, ich kann schon wappen. Nein. Was zur Hölle hab ich denn da jetzt gemacht? so viele wie möglich schon davor ausschalten Nein, hör auf besser ist es so und bevor wir jetzt hier das machen kommen wir mal ab gehen nach hallo gehen nach chirole und gehen zur giovanni kurz überlegen ob er wirklich noch mal giovanni heißt immer wieder die runde hallo wof wof bleibt ruhig sitzen alter nein nicht schon wieder du nervensäge unfassbar so wo sagen wir noch mal graben um wo muss ich nochmal das ist ja alles nichts zum graben äh äh zu giovanni ja das habe ich jetzt verstanden giovanni habe ich habe keinen brief wo war denn giovanni äh 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 Genau. Hallo? Kannst du Giovanni? Okay, nimm mal dich. Hallo! Da hört man doch die Stimmung aus Giovannis Haus. Vielleicht wird das ja ein Grund, dass er nicht herauskommt. Bis zum nächsten Mal.